Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute kamen zwei Päckchen von Yoga Junkies bei mir an. Und zwar habe ich hier einmal so eine pinke Box und dann habe ich hier eine... einen Riesenkarton. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Über das eine Paket weiß ich schon, was es ist. Das andere Paket ist, glaube ich, mein Weihnachtsgeschenk von den Yoga Junkies. Ich bin mal super gespannt. Aber zuallererst mache ich mal mit euch dieses kleine pinke Schätzchen auf. Und zwar ist das eine kleine Ausgabe von der Yoga Box, so wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob es die jetzt regelmäßig geben wird. Ich denke, dass die jetzt schauen werden, wie es so läuft und wie das angenommen wird. Und wenn das positiv angenommen wird, wird es auch monatlich das geben oder alle zwei Monate. Ich weiß es nicht. Sie kostet auf jeden Fall 29,99. Und wenn ich das richtig im Newsletter gelesen habe, ist es die Mini-Yogi-Box. Mega cool. Ich habe auch einen Code, den ich euch einblenden werde zu gegebenem Zeitpunkt, wahrscheinlich jetzt. Da kannst du 10% sparen. Das ist ein Affiliate-Code. Das heißt, ich verdiene auch tatsächlich ein bisschen was dran. Das heißt, du unterstützt mich dadurch und hast dadurch dann auch noch ein bisschen Rabatt auf diese coolen Produkte. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was das hier alles zu bieten hat. Ich hoffe, man hat meine Adresse nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Sie ist nämlich unten drunter. Genau. Eine Yoga-Junkies-Box, die packe ich hier ja auch jeden Monat mit euch zusammen aus. Die kostet, je nachdem, ob du ein Abo hast oder nicht, 49,99 oder 39,99. Und sich beinhaltet Beauty, Lifestyle, so ein bisschen was aus diesem Yoga-Flair, so ein bisschen Chillness und so. Mega cool. Und ja, das ist jetzt die kleine Schwester davon. Ich finde sie übrigens, ich zeige es jetzt erst mal, ne? Ich finde die richtig schön. Das ist ein ganz tolles Mandala hier vorne drauf. Und theoretisch, wenn man ganz crazy drauf ist, schneidet man sich das einfach aus und malt sich das dann an. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Wäre auch gar nicht so verkehrt, falls ihr es schnarchen hören solltet, ne? Mr. Sam nickt da so rum und schnarcht vor sich hin. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich höre es. Mäuschen. Ja. Tiefenentspannt, ich sage euch das. Das ist Fußbodenheizung und hier rumliegen, während Fräuchchen die ganze Zeit am Quatschen ist. Das ist echt ein Traum für ihn. Die lässt sich öffnen, genauso wie die Yoga-Junkies-Box auch. Und hier wird man nochmal dran erinnert, hey, wenn du möchtest, kannst du uns gerne auf Instagram taggen. Genau, damit würden wir natürlich auch die Yoga-Junkies supporten. Und hier steht auch drauf, you deserve this. Also du verdienst das. Und hier kommt schon so ein richtiger Duft, so ein orientalischer Sandelholz-Amber-Duft. Also mega angenehm. Und hier mache ich mal das Klebi auf, den Klebi und öffne das Seidenpapier. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. So, da schauen wir doch mal zusammen rein, was wir denn dann verdienen. So, hier haben wir einmal das Yoga-Junkies-Magazin. Finde ich immer super interessant. Du hast hier die Produkte drin stehen mit den Preisen, mit Anwendungshinweisen. Du hast hier teilweise Interviews mit dabei. Und ich lache mich schlapp über den kleinen Mann. Hey, der schnarcht hier. Okay. Mini-Yoga-Box. Die Yoga-Junkies-Box, die du in deinen Händen hältst, ist unsere ganz besondere Mini-Yogi-Edition. Diese Box ist eine wunderbare Kombination aus Yoga-Zubehör, veganer Beauty, Aromatherapie, veganen Snacks und Yoga-inspiriertem Schmuck. Cool. Schätze, die jeder Yoga-Junkie liebt. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken und danken dir von Herzen für deine Unterstützung. Ganz viel Liebe an dich. Namaste, Hanna und Tyler. Und Hanna und Tyler sind zwei extrem sympathische Menschen. Also, solltet ihr denen auf Instagram schon folgen, dann habt ihr das auch schon mal mitbekommen, wie unglaublich sympathisch die sind. Also, das sind so die positiven Menschen. Also, das ist der Wahnsinn. Genau. Und hier haben wir halt, wie gesagt, die ganzen Sachen. Und dann haben wir auch Yoga-Posen und so drin. Finde ich scharf. Genau. Und jetzt möchte ich aber mit euch mal zusammen in die Box schauen. Zuallererst haben wir hier dann noch so ein paar Codes drin. Den 10%-Rabatt-Code von mir könnt ihr auch gerne natürlich nutzen. Das sind auch nochmal 10%. Aber das ist, glaube ich, nicht kombinierbar. Hol dir deine monatliche Yoga-Überraschung für nur 39,99 Euro pro Monat. Und minus 10%, ne? War so bescheuert. Kannst du nochmal 4 Euro sparen. Deine Yoga-Junkies-Box ist prei gefüllt mit exklusiven Yoga-Lifestyle-Produkten im Wert von 60 Euro oder mehr. Genau. Wenn du halt die Original-Yoga-Junkies-Box dir holst. Freu dich jeden Monat auf liebevoll verpacktes Yoga-Zubehör, Aromatherapie, vegane Beauty, Schmuck, Edelsteine, vegane Leckereien, ein Yoga-Magazin und andere Schätze rund um deinen Yoga-Lifestyle. Bequem zu dir nach Hause geliefert. Jederzeit kündbar. Keine Mindestlaufzeit. Das finde ich halt auch immer super cool. Und ja, ist sehr, sehr wichtig, ne? Dass man das halt auch jederzeit kündigen könnte. So, hier haben wir einen Monat gratis Online-Yoga. Hey, das muss ich echt mal. Ich sag's ja jedes Mal, ne? Ich hab schon von so vielen aus meiner Familie jetzt gehört, dass die Yoga machen. Das wusste ich alles gar nicht. Zum Beispiel meine Schwägerin hat mir das letztens erzählt. Wusste ich nicht, dass sie das macht. Und hier kann ich dann einen Monat gratis Yoga machen. Leute, ich glaube, ich gönne mir das. Gib den Gutscheincode ein. Und dann, oh, guck mal. Der Betrag von 24 Euro wird auf Null gesetzt. Also, normalerweise wird das 24 Euro kosten. Aber mit dem Code kannst du es dann FancyPantsYoga.online Kannst du dann einen Monat gratis Yoga. Ich glaube, im Januar wäre das doch eigentlich mal eine ganz gute Geschichte, ne? Da ist eigentlich auch so die Zeit zum Chillaxen. Bei uns auf Arbeit wird es auch wieder weniger. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Geschichte. Und meine Mama hat mir das auch schon mal gesagt, dass es eine ganz gute Sache ist, Yoga zu machen. Weil man dann beweglich bleibt. Man ist auch rückenfreundlicher, ne? Ich sitze ja den ganzen Tag gefühlt. Ich sitze auf Arbeit. Ich sitze hier. Ich sitze am Schneiden. Ich sitze beim Essen. Beim Fernsehen gucken. Bei allem. Außer wenn ich mit Sammy spazieren gehe. Dann sitze ich natürlich nicht. Aber ansonsten, ne? Und da ist man echt eine ganz schön faule Socke geworden. Dieses Video wird wahrscheinlich ziemlich lang. Genau. Ja. Und es wird in diesem Video auch was zu gewinnen geben. Habe ich das eben schon gesagt. Ich weiß es nicht. Ich packe euch ein Beauty-Paket. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Ja, Sammy. Frauchen soll nicht so laut reden, ne? Okay. Als erstes haben wir... Als nächstes. Wir hatten ja schon das erste. Da haben wir hier eine Maske drin. Das ist eine Limited Edition von Bloom. Beauty Essence. Die habe ich, glaube ich, schon. Revitalisierender Schönheitsschlaf. Super Antioxidantien. Das ist dieses hier. Das ist eine Creme-Maske. Ja, ich glaube, die habe ich schon. Die muss ich nur mal ausprobieren. Revitalisierender Schönheitsschlaf. Maske zur Rehydratisierung und Anti-Aging. Die antioxidative... Ey. Die antioxidative Anti-Aging-Maske mit Lykopin zeigt einen sofortigen Hydratisierungseffekt. Das kann ich sehr gut gebrauchen bei meiner furztrockenen Haut. So kann sich die Haut revitalisieren und Trockenheitsfältchen verschwinden über Nacht. Die antioxidativen und regenerierenden Inhaltsstoffe Granatapfel, Weizenkeimöl und Lykopin aus der Tomate werden wie einen Schwamm von ihrer Haut aufgesogen. Okay. 15 bis 20 Minuten lässt du dir einfach nur drauf. Das ist ja easy, ne? Ja. Nicht abspülen. Kannst du dann morgens einfach abwaschen. Einfach mit dem Wattepett die restlichen Reste abnehmen. Das könnte ich mir gegebenenfalls heute Abend mal machen, ne? Das ist vegan, pflanzlich natürlich. Spa. Geprüfte Qualität, nachhaltige Herstellung, Superfood und made in Germany. Ja. Finde ich nett. Also von Blumen kenne ich tatsächlich auch die Ampullen, ne? Die haben doch auch so schön als Ampullen. Okay. Was haben wir hier? Das ist ein OM-Produkt tatsächlich. Von Nack Champa. Mystic Yoga Incense. Shri. Oh Gott. Shri Nivas. Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Es tut mir leid. Aber das ist die Herstellungsfirma aus Indien. Und das ist das, was hier so riecht. Das riecht ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Ich mag das. Oh, das riecht auch so ein bisschen tatsächlich nach frisch gewaschener Wäsche. Oh, das riecht mega gut. Und das sind halt Räucherstäbchen, ne? Die müsste man theoretisch anzünden, aber sie riechen ja jetzt schon. Ach, guck mal. Das ist der Gründer. Der sieht doch sympathisch aus, der junge Mann, ne? Jo. Sammy. Liegt da und schmatzt. Guckt ihn euch an. Ja, okay. Ayurveda. Californian White Sage. Dragon's Blood. Eastern Tantra. Money Matrix. Nirvana. Sind das die verschiedenen... Ach so. Try Our Other Products. Okay. Und das hier ist jetzt Nackt Jumper. Mystic Yoga. Ich weiß nicht, wonach das riechen soll. Das riecht auf jeden Fall gut. Komm, das machen wir mal auf. Ich kann mir das auch vorstellen, solche Räucherstäbchen, wenn man das halt nicht so intensiv haben möchte, dann kann man die ja nur kurz anmachen, ne? Das muss man ja nicht Ewigkeiten dann brennen lassen. Und dann hast du halt so ein bisschen diesen Duft im Raum. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Und hier sind die dann eingew... Boah, das riecht echt gut. Riecht richtig gut. Ach, guck mal, hier kommt schon einer raus. Oh, da ist auch richtig loses Kram drumrum. Ist nicht so fest gepresst. Okay, es krümelt. Jetzt riecht sie eh danach. Genau. Okay. Hier ist noch ein Zettelchen mit dabei. Ach so, Sicherheitshinweise. Aufpassen, dass dein Haus nicht explodiert wahrscheinlich. Genau, mhm, das übliche. Nee, finde ich geil. Also den Duft mag ich auch, ne? Ich mag das nicht, wenn das zu intensiv ist. Ich mag das gerne, wenn ich so dezente Düfte habe. Ich habe jetzt hier auch... Ist die überhaupt noch an? Jo. So dezente Duftkerzen immer mal wieder stehen, ne? Oder so von Party Light, die Kerzen. Die sind auch super angenehm. Aber super intensive Düfte machen mir Kopfschmerzen. So. Das sieht so schön aus. Ne? Und das ist halt die kleine Box. Finde ich auch ganz nice, denn ihr hattet mir das auch mal unter die Videos drunter geschrieben. So, hey, hm, gibt es die nicht vielleicht auch ein bisschen günstiger? Und da hatte auch Tyler und Hannah, die haben beide das kommentiert von den Yoga Junkies. Die haben nämlich auch einen YouTube-Kanal. Verlinke ich euch hier oben im E-Mail. Hatten die auch kommentiert. Ja, Surprise, Surprise, kommt bald noch. Mega geil. Das haben die dann quasi über mein Video antisern können. Ähm, hier habe ich etwas Feel-Good-Bites. Coconut ist das vom Geschmack her. Also Kokosnuss. Und das scheint auch mit Dattel zu sein. All natural. Spoons of taste. Das sieht doch mal sehr, sehr lecker aus. Ich glaube, ich hatte in der letzten Yoga Junkies Box auch tatsächlich sowas von dieser Marke mit drin. Können wir mal probieren. Und dann, ich hatte hier eben, ich habe meinen Kaffee hinten vergessen. Jamie, möchtest du mir meine Kaffee-Tasse holen? Also nein. Guck mal, so schön die aus. Und dann hast du halt außen drum zu dieses Kokos. Ich mag ja Kokos essen, ne. Und dann ist das so eine Dattelpraline. Mh, mega lecker. Mh, Leute, ich bin Tante geworden. Meine Stiefschwester hat ihr Baby bekommen, ihr zweites. Da wird man doch gerne im Video einmal geräuschmäßig gestört. Voll schön. Okay. Ein Weihnachtsbiegen. Ich bin gerade emotional etwas aufgewühlt. Okay. Machen wir einfach mal weiter. Und zwar habe ich hier ein Make-Up-Radierer-Pad. Das kenne ich noch nicht. 25% Rabatt auf die erste, auf die gesamte Bestellung mit dem Code Yoga Junkies. Das ist cool. Also falls ihr dort direkt mal bestellen möchtet, habt ihr hier jetzt auch noch einen Code mit dabei. Wir kennen ja diese Make-Up-Radierer. Das als Tuch, ne. Habe ich ja auch tatsächlich nicht. Dieser Pad ist für eine Anwendung ausgelegt und sollte dann für eine optimale Hygiene bei 40 Grad gewaschen werden. Auch im praktischen Fünferpack erhältlich. Oh, okay. Und dann haben wir hier ein Pad drin. Oh. Oh, ja. Das ist schön. Das ist einfach ein weißes Pad. Es hat hinten aber so eine Tasche. Und das feiere ich immer hart, weil dann kannst du da deine Finger reinstecken. Ach, guck mal. Das kannst du richtig einmal umdrehen. Cool. Genau. Da kannst du halt deine Finger so reinmachen und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Ja, sowas funktioniert, wenn du das halt mit Wasser einfach nur verwendest. Ich persönlich wasche das bei 60 Grad und ich verwende auch Weichspüler meistens. Jedenfalls aktuell verwende ich das tatsächlich. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich ja, oder ich mache das ja auch ab und zu, dass ich ja mein Waschbeutel verwende. Dass ich ja kein Waschprodukt in dem Sinne nehme. Aufgrund von Corona habe ich jetzt aber wieder angefangen, Waschmittel zu nehmen. Einfach für dieses Gefühl. Einfach fürs Gefühl. Und deswegen verwende ich auch wieder Weichspüler. Ich verwende wieder normales Waschmittel, ne. Sollte man eigentlich nicht machen, weil dann quasi die Oberfläche von diesen Mikrofaserreinigungspads geschädigt wird. Ich weiß, ne. Dann reinigen die halt nicht mehr so schön. Aber es ist tatsächlich eine gute Geschichte und ich freue mich sehr über dieses Pad. Ich finde es klasse. Es ist echt cool. Yay. So. Hier haben wir noch etwas drin. Das ist ein Yoga-Handtuch. Hatte ich auch in der großen Schwester schon mit dabei gehabt, genau. Und zwar ist das ein Schweißhandtuch. Das kannst du halt super verwenden und das kannst du auch im Online-Shop bei den Yoga-Junkies kaufen. Das saugt halt super Schweiß auf, weil das halt ein sehr, sehr saugfähiges Material hat, ne. Das ist interessant von der Oberfläche her. Auch von der Haptik her. Ich habe das an meine Mama weitergegeben. Äh, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt demnächst wirklich anfange mit Yoga, werde ich das auch brauchen. Wobei, ich bin kein beim Sport-Schwitzer. Eigentlich nicht, ne. Deswegen. Aber ich und Sport, ich glaube, meine Lunge wird dann eher weinen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man im Yoga-Junkies-Online-Shop bekommen kann. Genau. So, und jetzt haben wir hier das letzte Produkt in der Box drin. Aber die ist echt ganz schön gut gefüllt. Das scheint Schmuck zu sein. Da steht Yoga-Junkies drauf. Das heißt, man kriegt es bestimmt bei denen auch im Online-Shop separat, wenn man das so haben möchte. Und, äh, ja. Boah, ist das schön. Das ist ein Armband. Und zwar mit so einem Mandala auch drauf. Was halt auch vorne auf der Box mit drauf war, ne. Das ist hübsch. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Ich trage so selten Armbänder. Deswegen wäre das irgendwie schade drum, für mich jetzt tatsächlich das zu behalten. Ich muss mal gucken. Also, ne. Weil ich habe ja auch von den Yoga-Junkies letztens was in der Box drin gehabt, ein Armband. Ich muss mal schauen. Aber ich finde es wunderschön. Das ist echt toll. Ich weiß jetzt auch nicht, was für ein Material das ist. Das können wir uns ja mal eben anschauen. 18 Karat vergoldete Blume des Lebensarmband. So viel auf jeden Fall zu der Yoga- oder zu der Mini-Yogi-Box. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier in diesem Karton drin haben werden. Ich hatte das einmal kurz aufgemacht, weil ich mir nicht sicher war, ähm, was da drin ist. Weil, ne, ich dachte, hey, ich habe doch schon die Box und irgendwie, weiß ich nicht, und irgendwie ist dieser Karton auch ganz schön schwer und prall gefüllt. Und ich bin, komm, wir gucken mal rein. Das ist auch eine Karte mit dabei. Namaste. Liebe Claudi. Oh, da sind Herzchen drauf. Das ist schön. Wir wünschen dir schöne Feiertage und einen wundervollen Start ins neue Jahr. Lots of Love, dein Team Yoga Junkies. Vielen Dank, ihr zwei. Und hier ist das Bild von den beiden wieder. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Bild. Da haben die einfach Freunde. Das ist schön. Ja, und jetzt gucken wir mal rein. Okay. Hier haben wir zuallererst We come, we flow, we love Yoga Junkies. You get hot and sweaty during Yoga. Your water shouldn't. Ach, guck mal, das ist ein, äh, ein Thermobecher wahrscheinlich, ne? Kriegt man das auch auf der Homepage? Bestimmt. Die haben einen tollen Online-Shop, ne? Da könnt ihr mal vorbeischauen. Oh, das ist cool. Das ist ein schöner schwarzer Thermobecher. Wenn ich jetzt wirklich mal anfange und sage, ich mache einen Monat Yoga, Leute, dann werde ich das Ding aber sowas von oft befüllen und leer machen müssen. Okay. Ja, Thermobecher. Da kannst du dann wahrscheinlich sowohl heiße als auch kalte Getränke reinmachen. Auch Tee zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, ne? Das ist toll. Das ist auch ein schönes Material. So, so, oh, wie so Sand gestrahlt, ne? Okay. Das mag ich. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Okay, weiter geht die wilde Reise. Ihr seid so wahnsinnig. Viel Good Bites. Matcha-Tea von Spoons of Taste. Haben wir auch mit reingepackt. Also, das wird demnächst auch dann wieder weiter vernoscht. Und was haben wir hier noch drin? Chocolate. Oh ja, Schokolade. Auch von Spoons of Taste. Ja, danke schön. Und sowas mag ich einfach gerne mal so zwischendurch, ne? Matcha finde ich jetzt auch ganz interessant. Weil dann hast du direkt so was Herzhaftes im Mund, ne? Okay, Green Panda. Bio-Roh-Kakao. Geil. Dein schokoladiger Glücksbringer ungesüßt. Das ist ja cool. Oh, dann kannst du da einfach ein Kakao mitmachen, ne? Glück gehabt. Unser Kakao ist für dich da, wenn du eine Aufmunterung brauchst. Die edlen Kakaobohnen werden roh verarbeitet und beinhalten wertvolle Inhaltsstoffe. Magnesium, Kalium und Kupfer. Zwei bis drei Esslöffel täglich, gut löslich in warmer Flüssigkeit. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Also Kakao wird bei uns sehr, sehr viel getrunken. Trinke ich entweder in Mandelmilch oder in ganz normaler Kuhmilch. Eigentlich mehr in Mandelmilch tatsächlich. Hier kannst du das in Hafermilch machen, steht es ja auch. 200 Milliliter Hafermilch erwähnen. Ein Esslöffel Rohkakao einrühren. Und dann kannst du nach Lust und Laune Zimt, Vanille, Green, Panda, Bio-Kurkuma mit reinmachen. Ja gut, aber ich werde das dann wahrscheinlich einfach so zu mir nehmen, ne? Das ist cool. Das ist so eine schöne, edle Dose. Die ist ja auch noch verschlossen. Ich nehme jetzt noch Kakao offen, aber danach werde ich das mal aufmachen. Und dann probiere mein Freund und ich das mal. Dankeschön. Das ist nett und süß mit dem Panda, ne? Okay, kommen wir zum nächsten Produkt. Okay, das... Hä? Oh nein. Oh, das ist... Oh. Okay. Das ist süß. Oh Gott. Das war in der Mütze drin. Und die Mütze, die kommt gleich noch. Kein. Oh, sowas mag ich. Und wir haben ja auch so ein Stöpfchen für sowas, ne? Kannst du dann deinen Tee reinmachen und dann hast du den immer warm. Und dann machst du immer... Da hast du immer schön warm Tee. Das ist hübsch. Cozy and Trendy. Ah, da steht es Porzellan. Oh. Mega cool. Kommt aus Belgien. Die Yoga-Junkies kommen übrigens aus Österreich, ne? Das ist hübsch. Das gefällt mir. Auch dieses... Dass man das hier oben... Ich weiß nicht, wie nennt man das? Das ist... Weiß ich nicht... Bambus? Oder so? Das ist hübsch. Und das ist nicht nur dekorativ. Das ist auch wirklich sinnvoll, ne? Das ist echt toll. Das hat sich gereimt. Auf zur nächsten Tee-Party, Leute. Mega geil. Yay. Und hier habe ich eine richtig geile Bommelmütze von Beachfield Original Headwear. Okay. Kenne ich so nicht. Aber die sieht super schön aus. Oh mein Gott, sieht die schön aus. Richtig weich. Kann ich jetzt gerade nicht drauf machen, glaube ich. Weil ich habe ja... Oh, geil, oh Matt. Das ist mal eine Mütze, Leute, ne? Und die steht mir. Doch, die mag ich wohl, ne? Schön die Haare daneben. Einfach mal posen hier, ne? Doch, die ist toll. Und die ist schön warm an den Ohren. Die fühlt sich toll an. Ich habe die jetzt ein bisschen schräg auf, weil wahrscheinlich das hier an die Seite müsste. Aber wenn ich das jetzt drehe, dann sehen meine Haare gleich so aus. Die finde ich klasse. Das ist eine tolle Bommelmütze. Dann haben wir hier aber noch mehr drin. Und zwar... Meditation. 100% Pure Essential Oil Blend. Okay. Wo mache ich das hin? Auf mich oder auf irgendwie... Irgendwo. Wo mache ich das hin? Orange. Patchouli. Frankisense. Also Frankipani wahrscheinlich. ClaySage. Thymian. Ilangilang. Das riecht... Also das hört sich schon mal gut an. Kann ich mir aber auch vorstellen. Ich habe so ein Duftsteinchen, wo ich das drauf machen könnte, ne? Das ist eigentlich uncool, wenn ihr die ganze Zeit in den Karton seht und nicht Sammy. Okay. Das riecht jetzt schon hier raus. Das ist ja Wahnsinn. 10 Milliliter sind da drin. Und das riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Wow, ja. Das riecht echt gut. Das ist schön. Mache ich mir dann auf so ein Duftspecksteinchen. Und dann kann ich Yoga machen damit. Mal gucken. Bin ja immer eigentlich viel zu hibbelig für Entspannungsgeschichten, ne? Aber diese Mütze ist übrigens super weich. Muss ich noch mal gesagt haben. Aufpassen mit offenem Feuer, Chloe. Und dann habe ich hier was drin, Leute. Oh, erstmal habe ich hier einen Deckel noch drin. Wahrscheinlich für meine Flasche. Cool. Oh, hier ist noch viel mehr drin. Dann habe ich hier noch ein Eat-Gattelnuss von Eat Performance. Das ist so ein Riegel für zwischendurch. Gesund naschen finde ich auch immer ganz nice. Jetzt nehme ich aber erst mal dieses geile rosa Ding hier raus, was optimal zu meinem Oberteil passt. Und zwar ist es eine Kuscheldecke. Wahnsinn. Die finde ich toll. Ich glaube, Samir findet die auch toll. Er ist aufgewacht und gähnt jetzt vor sich hin. Genau. Die ist super, super weich. Also vielen, vielen, vielen Dank. Da habt ihr mir auf jeden Fall eine kuschelige Überraschung bereitet. Das ist echt cool. Und last but not least habe ich hier ein Magazin drin, was echt riesig ist. 365 Inspirationen, Kalender 2021. Ich nehme mal hier eben den Karton runter. Das ist ja cool. Wie uns Fantasie durchs Leben trägt. Das finde ich ja interessant. Das Flow-Magazin. Kennt ihr das? Ich habe da noch nie was von gehört. Eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Ach, schön. Huch. Dieses Flow gehört. Okay, da kann man seinen Namen reinschreiben. Nee. Hä? Leute, das hier war kein Weihnachtsgeschenk. Das hier ist die Winter Wonderland Edition. Die Yoga Junkies Box, die du in deinen Händen hältst, ist die bezaubernde Winter Wonderland Edition. Du findest in dieser Box eine wunderbare Kombination aus Vegansnacks, Yoga-Lifestyle-Produkten, ätherischen Ölen und viel mehr. Nimm dir Zeit für dich und entspanne dich mit diesen liebevoll ausgewählten Produkten. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken und danken dir von Herzen für deine Unterstützung, Hannah und Tyler. Ach, was? Das wusste ich gar nicht. Leute, ihr könnt diese Box auch kaufen. Das ist ein Doppel-Unboxing dann quasi hier. Und ich dachte schon, Mensch, die Produkte, die passen 1A zu mir. Ja, die Box passt ja auch 1A zu mir. Wie cool. Ja, kannst du eine kaufen. Das ist eine Rosenquartz von der Flanelldecke. Okay. Wow. Und diese Kanne kostet 30 Euro. Ist das wahnsinnig cool. Und hier haben wir eine junge Lady, die einfach mal entspannt. Das ist dann wahrscheinlich die, ist das die Dezember-Box oder ist das dann die Januar-Box? Oder ich glaube, das ist dann die Dezember-Box und ich finde die super. Wahnsinn. Hannah, Tyler, das habt ihr voll gut gemacht. Also das ist eine Box, die könnte tatsächlich für mich ein Weihnachtsgeschenk sein. Und so fühle ich mich auch ein Stück weit, weil ich die so schön finde. Beide Boxen stehen für sich alleine sehr, sehr gut da, finde ich. Und da muss man halt einfach gucken, welche Box einem besser gefällt oder was man bereit ist, monatlich auszugeben. Ob man sich die Mini-Yogi-Box einfach mal anschaut oder die Yoga-Box an sich. Und geil. Also ich fand sie jetzt gerade beide richtig überwältigend. Und ich finde diese Mütze extrem toll. Also die feiere ich hart. Und ihr Lieben, das war jetzt dann mein Doppel-Unboxing. So viel dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Okay, ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.